Moin Moin und herzlich willkommen zurück, mein Name ist Tioim. Ja, es geht weiter mit Ritzel, deshalb das Erbe. Dann legen wir mal los. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir haben unter anderem Objekte des 11. Jahrhunderts gesammelt. Das heißt, wir reisen jetzt in den 11. Jahrhundert. Juhu. Zuck und Attacke. Ne, uns fehlen noch zwei Ringe. Aber ich wollte eigentlich nicht hierher. Ich wollte jetzt eigentlich zurück und durch die Tür gehen. Hallo. Hallo, du da. Wer bist du denn? Oh, diese Schmerzen. Bitte hilf mir. Ja, kein Problem. Ich helf dir. Okay. So, dann legen wir mal los. Muss ich jetzt die ganze Zeit auf die Spinne gucken? Boah, eklig. Okay. Ähm, 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 ähm. So. So, eine Münze haben wir da. Ein Speer. Bist du ein Speer? Nö, 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 nö. Schlüssel. Allraunwurzel. Fangen wir von vorne an und arbeiten wir ein bisschen weiter. Eine Weintrauben. Weintrauben. Du da? Nö. Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Sie sind hier oben. Ein Holzlöffel. So wie ein Holzlöffel aussieht halt. Danke. Monsaft. Da. Eine Libelle. Da haben wir die Burg. Eine Libelle. Hier haben wir einen Helm. Eine Libelle. Aber hier ist das auch ein Kone, oder? Eine Feder. So. Okay. Und jetzt brauchen wir noch eine Libelle. Wo hat sich die Libelle versteckt? Die Libelle. Wo bist du? Libelle? Hallo? Libelle? Flatter mal bitte raus. Wo du bist. Ich will dich sehen. Hm. Na gut. Dann machen wir. Dies ist ne Rätsel. Aber ich möchte trotzdem sehen, wo die Libelle ist. Hm. Seh ich echt nicht. Zeig mal. Wo bist du? Das ist ne Rätsel. Tatsache. Na gut. Dann machen wir das hier fix. Dauert eine Stunde lang. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Zack. 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 Siehste mal. Geht rucki zucki hier. Allerau und Wurzel. Ja. Ich liebe ne Wurzel. Nu. Ich liebe ne Wurzel. Ein Bücher. Aber ohne Bücher. Das sieht aus wie der ideale Ort für ein Medizinbuch. Ah, okay. Hm. Inomine din... Oh Gott. Incipit Pre Fatio Inevangel Dim... Ach, du Scheiße. Ein... Das Versuche hier ist gar nicht so dieses. Ein Senkbote des Himmels erschien vor meinen Augen, umgeben von gleisenden Licht. Wahrhaftig, er sprach von bevorstehenden unheilvollen Ereignissen. Er sucht nach mächtigen Ringen, doch ich konnte ihm nicht helfen. Buntglasfragmente, okay. Diese Regale sind voller Kräuter, Pulver und diverse Zutaten. Ohne ein Rezept könnte ich ihn ihn jedoch verkiften. Okay. Hätte er, hätte er sein können. Okay. Das war, das war mir irgendwie klar. Amen. Ähm. Hm. 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 Ja, hab ich ja. Ja, hab ich ja. Das ist ein Mitzis-Himbuch. Ja. Hab ich verstanden. Uh. Ach du Scheiße. Du bist weg, äh. Du bist weg, äh. Siehste. 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 Du bist weg, äh. Du bist weg, äh. Ein Schlüssel. Joa, ne? Ein Schlüssel. Wie soll ich hier bitte schön einen Schlüssel finden? Hier ist die Schlange. Ein Vogel. Da oben. Blitz, Schlüssel und Schriftrolle. Die Schriftrolle sieht so aus. Da hab ich's. Wie sieht's schon. Warte mal. So. Wo bist du? Wo hat sich hier den, der Schlüssel versteckt? Sub, 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 sub. Hm. Ja, ich hab's. Hab dies. Hab dies. Hab dies. Da. Sehr schön. Ja. Okay. Ja, hab ich verstanden. Das war's fehlt. Okay, dann gehen wir halt da nochmal zurück. Wo legen wir das Buch gleich hin hin? Können wir das nochmal anklicken? Nö. Äh, okay. Das da. Das da. Das da. Das hier. Nein. Ja. Okay. Ich hab' dir das goldene Krucifix. Ja, nun mal, das ist der. Beschaff dir das goldene Krucifix. Ja, ja. Hol ich. Hier, alter Mann. Das Medikament scheint gewüxt zu haben. Er schläft tief und fest. Dann mopsen wir das mal. Okay. Oh no. Was bist du denn? Eine Sange. Warum soll ich jetzt hier hin? Ah, okay. Münze konnte ich nicht mehr mitnehmen. Gut, dann gehen wir wieder hier unten hin. So. Können wir nicht drehen? Ja, okay. Ah, die Symbolen sind ja schon drauf. Muss ich nicht großartig überlegen. Das ist ja ganz leucht. Sondergezwung muss es immer geben für mich. Zack. Zack. Äh, keine Ahnung. So. Hä. So. Äh. So. So. Oh, vielleicht? Jawohl. Jawohl. Ähm. Zack. Zack. Sehr schön. Oder? Oder fehlt hier irgendwas? Okay, du bist verkehrt. Feuer nehmen wir es nach oben hin. Ah, siehste. Pass wackelt und hat Luft. Fertiges Buntglas. Jawohl. Und das soll da oben hin werden. Da hat sich was versteckt. Ein Geheimfach. Ach, mit mir. Das ring. Wir haben die sechs der sieben magischen Ring. Yoo-hoo. Hmm. Ich habe komplett vergessen. Warte. Was ist diese Haberdascherie? Der Schock wurde von deiner Mutter in der 19. Jahrzehnte. Der letzte Ring könnte da sein. Mutter? Hmm. Hmm. Jetzt kann ich nur fragen, welcher Zeitpunkt du bist. Was ist das? Super. Dann legen wir es mal rein. Na, noch nicht. Hier anklicken. Und hier hinlegen. Da. Jetzt fehlt uns noch ein Ring. Sehr schön. So. Dann gucken wir mal, wo die Unterschiede sind. Einmal da. Einmal hier fehlt ein Kissen. Hier ist aufgefordert. Ähm. Hier fehlt das. Hier fehlt. Jesus. So. Ah. Zwei. Jedes Mal da. Jedes Mal fehlt da was. Ähm. Hier. Bist du verkehrt drüber? Das ist weg, ja. Das passt. 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 Genau. Sehr schön. Hier gehen wir zurück. Gehen wir einmal in ein Museum. Und dann gucken wir weiter. So. Handschuhe. Aber nicht gleich. Das habe ich gefunden. Billiard Google. Das war ein Tennisball. Okay. Billiard Google. Da. Trompete. Die Trompete. Wo hat sich die Trompete versteckt? Hm. Und die ist uns voll zu sehen, die Trompete. Mome. 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 Ja, wo ist er denn? Okay. Dann gucken wir mal heute weiter. Die Trompete. Die Trompete. Die Schläger. Ähm. Keine Ahnung. NET-Tasse. Hm. Fernglas. Er hat sich hier oben versteckt. Schuhe. Schuhe. Boah. König. Hier. Ein Kabel. Und ganz versteckt. Ein Adler. Fliege junger Adler hinaus. In die Freiheit. Ähm. Das können Adler nicht. Äh. Hätte ja sein können. Ein Hose. Wird ja immer komplizierter hier. Ah. Die Hose habe ich. Die Hose habe ich. Genau da. So. Eine Tee-Tasse. Hm. Da waren die Schuhe. Ja. Nee. Hm. Das ist ja. Adler. Adler. Hier. Ist eigentlich, eigentlich ja nicht so schwer, ne. Aber ab und zu ist man so blind. Tee-Tasse. Tee-Tasse. Wo bist du? Eine ganz normale Tasse. Tee-Tasse. 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 Findst du das nicht? Hm. Ich verzeih es nur. Das ist ja. Ein Schläger. Da haben wir eine Trompete. Da oben. Boah, Leute. Und eine Teetasse. Jetzt sehe ich es hier offen. Objekte des 19. Jahrhunderts. Boing. Genau. Ihr wisst jetzt, was jetzt kommt. Na, 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 genau. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich würde mich freuen, wenn du in der nächsten Folge wieder einschaltet würdest. Ich würde mich auch noch freuen, wenn du bei den Kommentaren was hinterlässt. Vielleicht noch ein Abo. Genau. Bis zur nächsten Folge wünsche ich dir noch viel Spaß und guck noch ein paar meine Videos an und so. Ja, bis zur nächsten Folge. Bye, bye.